Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sind heute ausnahmsweise mal zu zweit unterwegs. Mit mir zusammen im Herner Studio ist heute mein Kollege Frank Hüsken. Hallo Frank. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, dann zum Thema der Sendung. Wir sprechen heute darüber, wie man die Einführung von KI in die Arbeitswelt meistern kann. Und dazu haben wir natürlich auch einen Gast, dieses Mal digital zugeschaltet. Und um wen es sich hier genau handelt, das sagt euch jetzt der Frank. Genau, unser heutiger Gast, Markus Stork, ist seit 1998 deutschlandweit als Trainer und Coach unterwegs. Markus ist Diplompädagoge, NLP-Master und zertifizierter Stresspräventionstrainer. Und so ganz nebenbei ist er auch noch Buchautor. Ja, und er hat, so habe ich es in seiner Vita gelesen, zwei Flexibilitätstrainer zu Hause. Der Große ist jetzt zehn Jahre alt und die Kleine sieben. Hallo Marco, schön, dass du heute bei uns bist. Einen schönen guten Morgen, ihr beiden. Grüß dich Marco, grüß dich Frank. Schön bei euch sein zu dürfen. Ja, Markus, du schreibst auf deiner Website, dein Stresstier ist der Affe. Wie kommst du darauf? Ja, diese Stresstiersystematik, die habe ich irgendwann mal entwickelt, weil ich festgestellt habe im Laufe meines Trainerdaseins, dass wir nicht alle gleich sind. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der diese Erkenntnis hat. Und ich habe festgestellt, dass wir uns in Stress nochmal verändern und dass wir sehr unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag legen, was mit Sicherheit in diesem Podcast auch nochmal zur Sprache kommen wird. Und da gibt es so eine Dreiersystematik, die teilt sich auf in Gazelle, Löwe und Affe. Und der Affe ist im Prinzip der Stresstyp, der im Stress am ruhigsten wird. Das heißt, er geht gedanklich auf seinen Baum zurück. Dann hörst du nach außen gar nicht mehr viel von dem. Und ja, der trägt das mit sich aus. Und wenn er zu verkünden hat, dann steigt er vom Baum runter. Und so bin ich eben auch, wenn ich in Stress bin, dann wird oft gesagt, das ist so der ruhende Pol, der fällt es in der Brandung. Und man merkt gar nicht, dass das innerlich schon brodelt. Und ich glaube, dass es gerade so in Stress zusammenhängen. Und wenn wir jetzt bei unserem Thema sind, auch mit der Einführung von neuen Technologien, ein großes Problem sein kann, weil ich dann nach außen falsche Rückmeldesignale bekomme und gar nicht weiß, wie soll ich so recht damit umgehen. Das war so in Kurzfassung. Und von daher würde ich mich da als den klassischen Affen bezeichnen in dieser Systematik. Allerdings natürlich in dem Wissen, das darf in alle Richtungen noch verfeinert werden. Jetzt muss ich natürlich nochmal nachfragen, was zeichnet denn dann Gazelle und Löwe aus? Ja, die Gazelle ist, den kennt ihr vielleicht auch, dieser Montagmorgens-Typ, der auf dich zukommt und sagt, Frank, Marco, hab dir mal zwei Minuten durch. Ich muss dir eben erzählen, wie mein Wochenende war. Ich wollte am Freitag mit der Friederike ins Kino. Und wir wollten diesen neuen Film gucken, diese Titanic 2 mit Leonardo DiCaprio. So, ich hab mir jetzt ein Cabrio gekauft. Das ist grüne geworden, nicht das rote. Das heißt, die quatschen ganz viel. Die brauchen immer so die Orientierung an der Herde. Und die werden total nervös, wenn sie alleine vor was stehen. Das heißt, wenn da irgendwas Neues auf die zukommt, dann wissen sie gar nicht so recht, wie sollen sie damit umgehen. Und dann brauchen die ganz, ganz stark die Orientierung ins Team hinein. Was natürlich ein Problem ist, wenn die dann zufällig auf einen Affen treffen, der dann nur noch auf seinen Baum zurück möchte. Und da hast du dann schon die ersten Konfliktfelder. Und der Löwe, um das mal ganz kurz zu fassen, ist derjenige, den wir so als den Reviermarkierenden bezeichnen würden. Das heißt, wenn dem irgendwas nicht passt, dann geht der an die Decke, dann explodiert der. Der braucht ganz klar abgegrenzt seine Bereiche. Eher so ein Phasenarbeiter, könnte man sagen. Das heißt, der macht in der Regel Reviermarkierung. Und wenn er merkt, jetzt gibt es Futter, dann arbeitet er mal auf den Punkt hin. Und dann geht er auch schnell wieder in diesen Modus The Lion Sleeps Tonight über, um das mal ganz plakativ auf den Punkt zu bringen. Okay, ja, spannend. Okay, ja gut, dann kommen wir vielleicht ganz kurz zum Inhalt einmal. Das heißt, wir haben den Inhalt der Sendung ja für uns einmal grob in zwei Blöcke aufgeteilt. Das heißt, wir beschäftigen uns daher mit folgenden zwei Aspekten. Erstens, wie kann man seine Mitarbeiter am besten abholen und in den Einführungsprozess von KI mit einbeziehen? Und zweitens dann im zweiten Block, welche Strategien kann ein Unternehmen nutzen, um diesen Einführungsprozess möglichst optimal zu gestalten, sagen wir mal. Ja, genau. Und bevor wir mit dem ersten Block einsteigen, nochmal eine Vorwegfrage. Markus, wir haben ja zum Beispiel bei der Skripterstellung ja auch diverse, oder wir haben generell bei Skripterstellung schon diverse Male auch auf ChatGPT zurückgegriffen. Ist ja fast so ein Synonym mittlerweile für KI, ChatGPT. Deswegen einmal nur die Frage, interessiert mich, benutzt du ChatGPT rein beruflich oder benutzt du ChatGPT auch privat? Absolut, sowohl als auch. Für Liebesbriefe nicht so geeignet. Ich habe das mal eingegeben, schreibe einen Liebesbrief an meine Frau. Da kam raus, ich soll schreiben, du bist der Stern in meiner Nudelsuppe und noch eine Tüte Maggi dabei legen. Ja, das darf man dann auch wach hinterfragen. ChatGPT ist kein Zaubermittel. Das heißt, es kann an der einen oder anderen Stelle ganz gut unterstützen, aber ich muss immer wach drauf gucken. Und zum Beispiel bei Seminarausschreibungen nutze ich das ganz gerne, dass ich ChatGPT so ein paar Stichworte zuwerfe. Und erstaunlicherweise fällt es dem leichter oder der leichter, je nachdem welches Geschlecht man ihm oder ihr geben möchte, dass sie dann diese Formulierung macht. Das heißt, so Sachen, die ich nicht ganz so gerne mache, zugegebenermaßen, die lasse ich dann im Hintergrund schon mal von diesen kleinen Helferleinen dann erledigen. Immer natürlich mit dem Aspekt, ich gucke logischerweise nochmal drüber und gebe das nicht sofort so raus. Und ich glaube, das ist auch so dieser Rahmen, in dem wir das Ganze einordnen müssen. Das wird im Moment ein Riesenhype darum gemacht. Zum Teil zu Recht, weil es ein großer Entwicklungsschritt ist. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es auch langfristig den Riesenstellenwert einnehmen wird, dem im Moment zugeschrieben wird. Das heißt, wenn ich in Steuerberatungskanzleien reinkomme oder auch in andere Berufszweige reinkomme, dann höre ich oft so als erstes Argument, ChatGPT wird uns ersetzen. Und ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Phase, also wie das zum Beispiel damals war, als Computer auf den Markt kam. Du hattest komplett andere Systeme, in denen sich das abspielte. Da wurde viel noch händisch gemacht. Da wurden viele Leute gebraucht, um bestimmte Aufgaben durchzuführen. Und so nach und nach sind dann einige Aufgabenbereiche durch Computer abgelöst worden. Heute spricht kein Mensch mehr darüber. Das heißt, heute irgendeinen Berufszweig ohne PC kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, dass es eben im Bereich dieser Technologien ähnlich laufen wird. Wir haben im Moment jetzt ein Werkzeug zur Verfügung, wo man sagt, das kennen wir so noch nicht. Das bringt möglicherweise auch die ein oder andere Struktur durcheinander, was gerade auch im Steuerberatungsbereich zu noch mehr Unruhe führen kann. Denn wenn wir uns so das Berufsbild des klassischen Steuerberaters mal anschauen, dann ist ja gerade eben dieses Ordnung, Struktur, bestimmte Abläufe einhalten, bestimmte Fristen einhalten, so etwas, was den Beruf tagtäglich begleitet. Das heißt, wir sind hier nicht in der absoluten Kreativbranche unterwegs. Und das ist auch ganz gut so. Und jetzt grätscht da ein Instrument rein, was einen gewissen Grad an Kreativität reinbringt und was an der einen oder anderen Stelle auch ein gewisses Maß an Flexibilität erfordert, bestimmte Arbeitsprozesse, die sich seit Jahren eingespielt haben, dann auch zu flexibilisieren. Okay. Lass mich kurz reingrätschen, weil wir sind ja schon mitten im Block 1. Faktor Mensch bei der KI-Integration. Es geht ja hier über das Überwinden von Mitarbeiterängsten und auch eben, wie du gerade schon angedeutet hast, Entwicklung neuer Fähigkeiten. Mitarbeiterängste, hast du gerade schon gesagt, also wir werden alle ersetzt. Hast du noch was anderes? Also welche spezifischen Ängste haben Mitarbeiter denn jetzt in Bezug auf KI? Ich hole es dir mal vom anderen Ende ab. Ängste ist natürlich etwas, was komplett irrational ist. Das heißt, an manchen Stellen machen sie Sinn, weil sie unser Leben schützen. Und manchmal sind sie total irrational. Wenn wir jetzt mal so Thema wie Spinnenphobie, Flugangst und Ähnliches nehmen, wenn du Zahlen dahinter legen würdest, dann kannst du schnell erkennen, diese Ängste sind unbegründet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mir da was lebensbedrohliches passiert, gegen Null tendiert. So heißt nicht, dass das eine 100% Sicherheit bietet, aber tendiert relativ gegen Null. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich nicht in ein Flugzeug setzen, weil eben diese Angst im Vordergrund steht. Und das setzt die Ratio aus. Und das ist eben bei vielen Themen, die uns im Bereich Angst begleiten, dieser Faktor, dass ich ein eigenes Weltbild vor Augen habe, dass ich merke, es ändert sich massiv was. Und dann kommt das große Problem, es wird nicht genug miteinander kommuniziert. Das heißt, die genauen Auswirkungen von KI können wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen. Und von daher muss man das, wenn man das sinnvoll an die Mitarbeiter transportieren möchte, nicht so transportieren, dass man sagt, ab morgen gibt es nur noch KI. Sondern ich würde vielmehr hingehen und sagen, an welcher Stelle kann uns jetzt im Moment KI-Aufgaben abnehmen, die wir vielleicht als lästig empfinden, die absolute Zeitfresser sind, die keiner von uns so gerne macht, die uns gut zuspielen können. Ähnlich wie zum Beispiel ein Taschenrechner, die Aufgaben abnehmen kann. Du musst heute nicht mehr alles im Kopf rechnen, du musst kein Abergrüß mehr benutzen. Aber das hinterfragt gar keiner mehr, weil wir eben positive Erfahrungen damit gemacht haben. Was können Führungskräfte, achso, Entschuldige. Nee, bitte mach mal. Was können Führungskräfte, was können die denn tun, um die Akzeptanz zu schaffen oder Akzeptanz dieser neuen Technologie zu fördern? Atmosphäre schaffen, wo jeder gerne mit KI lernt oder gibt es da Tipps und Tricks? Gibt es mit Sicherheit. Ich stelle euch mal eine Frage zurück. Wie seid ihr denn an KI gekommen? Das heißt, wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr an manchen Stellen mit KI arbeitet? Ehrlich gesagt, wir haben es einfach ausprobiert, oder? Ja, also ich habe mir irgendwann tatsächlich runtergeladen, habe es einfach ausprobiert. Ich habe meinen Account gemacht. Und wir werden ja auch hier bei uns im Verlag sehr ermutigt, das aktiv in unserer Arbeitswelt zu nutzen und natürlich mit der gegebenen Sensibilität, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber das wird, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man ein neugieriger Mensch ist und merkt, dass es einem dann auch Arbeit abnehmen kann und auch die ersten Ergebnisse sieht, natürlich muss man da natürlich von Hand nochmal rein, aber es macht halt schon Spaß. Ja. Exakt. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das heißt, dieses Ausprobieren, ohne direkt verbindlich ein Riesenziel dahinter zu setzen und zu sagen, wir machen entweder das eine oder das andere, das ist eben der Trick, um den es geht. Das heißt, als Leiter einer Kanzlei darf ich erstmal gucken, wie sind meine Mitarbeiter überhaupt aufgestellt? Das heißt, wie sind die zum Beispiel vom Faktor Neugier aufgestellt? Das ist ja ein Lebensmotiv, dass die einen hoch ausgeprägt haben, die anderen sagen, nee, ich bin lieber so in gewohnten Bahnen unterwegs und neu ist das erstmal nichts für mich. Und auf diese Mitarbeiter darf ich unterschiedlich vorgehen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mir einen Mitarbeiter nehmen, der sowieso affin ist für neue Dinge, der Lust hat, Dinge auszuprobieren, das vielleicht in seiner Freizeit schon selber macht und der kann einfach mal gucken, wo könnten wir denn sinnvoll unterstützend in der Kanzlei so Sachen wie Chat-GPT oder ähnliches einbinden. Und dann hole ich nach und nach die Leute ab, die eben nicht so affin für diese neuen Dinge sind und zeige denen mal, welche Möglichkeiten gibt es. Nicht mit der Pistole auf der Brust, dass ich sage, ab morgen musst du das nutzen, sondern spiel dich langsam mal ran. Das heißt, probiere das mal aus, guck mal, kannst du ja an der einen oder anderen Stelle Mehrwert geben und dann ist das ein viel organischer Prozess. Und ich glaube, das ist eine Sache, dass viele ihre Mannschaft gar nicht so genau im Blick haben, viele sich möglicherweise selber gar nicht so kennen und wenn ich selber gar nicht so zugänglich oder affin für solche Dinge bin, dann kann das sein, dass ich eine viel größere Hemmschwelle habe als jemand, der sowieso sich täglich mit neuen Ideen beschäftigt und auch guckt, wie können wir die Kanzlei denn noch weiter nachfauen. Und ich glaube, dieser organische Prozess, das ist das, was den Leuten auch mitgegeben werden kann, um diese Ängste zu nehmen. Das heißt auch, die Möglichkeit offen zu halten, du darfst Prozesse so beibehalten, wie du sie bisher gemacht hast und lass uns gucken, an welchen Stellen können wir sinnvoll ergänzen. Und das führt eben dazu, dass eine wesentlich größere Akzeptanz da ist und dass auch Mitarbeiter untereinander in ihren Kompetenzbereichen sich das viel besser zuspielen können, als wenn ich sage, ab morgen ist alles anders. Und das ist der große Unterschied. Welche Fähigkeiten sind denn besonders wichtig? Also Neugierde haben wir jetzt gerade schon und Flexibilität? Neugierde, Flexibilität, ich glaube, dass es im Hintergrund Organisationen ein extrem wichtiger Punkt ist. Das heißt, dass ich gucke, wenn sich etwas verändert, in welche Richtung soll sich das denn verändern? Das heißt, dass ich nicht blind links jetzt irgendwelche Dinge mache und der eine macht so, der andere macht so, sondern dass ich auch Strukturen grundlegend neu aufsattle. Das hast du aber in den Kanzleien im Moment im Themenbereich der Kommunikationsstrukturen oder Persönlichkeitsstrukturen, wo ich ja häufig unterwegs bin, auch schon, dass du erstmal eine Klarheit brauchst. Das heißt, wo sind wir im Moment aufgestellt? Welche Kompetenzen haben wir? Wie spielen die verschiedenen Fäden zusammen? Und das darf ich dann eben einmal neu definieren. Das heißt, dass ich auch sage, in welchen Handlungsbereichen befinden wir uns und an welchen Stellen ist es vielleicht nicht so angebracht. Oder gibt es Mitarbeiter, die vielleicht mit unterschiedlichen Werkzeugen vorgehen, was ja auch denkbar ist. Wir kommen ja auch immer mehr zum Expertentum in den Kanzleien. Das heißt, dass wir nicht mehr nur die Allrounder haben, die alles machen, sondern dass ich eben auch verschiedene Bereiche habe, wo ich sage, der eine ist für Aufgabe A zuständig, der andere für B. nur dazu muss ich erst mal in meiner Mannschaft erfassen, wen habe ich denn da? Und wenn ich in die Kanzleien reinkomme, ist es häufig so, dass überdurchschnittlich wenig kommuniziert wird. Das ist so eine Sache, dass jeder vor sich hinarbeitet und dass die Kommunikation sich manchmal auf ein Minimum beschränkt. Und da muss auch gebrochen werden. Das heißt, wirklich miteinander reden. Wie gehen wir damit um? Okay. Sag mal, ich habe als nächsten Punkt, die auf meiner Liste stehen, auf meiner digitalen Liste. Mitarbeiter als Mitgestalter. Wie wichtig ist es denn jetzt, Mitarbeiter in den Prozess dieser KI-Integration einzubinden und wie kann man das am besten machen? Unerlässlich ist das Ganze, denn der Mitarbeiter muss es ja im Endeffekt akzeptieren. Das heißt, wenn die Mitarbeiter sagen, ich habe da keinen Bock drauf oder ich fühle mich nicht sicher damit, was ja auch so ein Punkt ist, der dann wiederum zu Ängsten führen kann oder Abläufe sind mir nicht vertraut, dann muss ich an diesem Stelle hebeln ansetzen. Was ich nicht machen sollte, ist, dass ich ein Überraschungspaket mache und sage, ab morgen komplett anders. Und ich vergleiche das mal, wenn ich unterwegs bin. Ich bin ja berufsbedingt viel unterwegs und ich bespreche mit meiner Frau am Sonntag, was wir am nächsten Wochenende machen. So, und dann habe ich eine Woche lang Zeit, mich darauf einzustellen, überlege mir schon, wie schön wird das sein, wenn wir mit den Kids in den Freizeitpark fahren. Fahre ich mit dem Großen diesmal Achterbahn oder lasse ich es lieber nochmal? Und dann komme ich am Freitagabend nach Hause und meine Frau sagt, Schatz, ich habe etwas ganz anderes übrig. Mein erstes Bauchgefühl ist, nein, da brauche ich gar nicht großartig drüber nachdenken, weil sie eben eine Woche lang Zeit hatte, sich auf diesen Prozess einzustellen und das neue Wochenende zu planen und ich hatte das eben nicht. Und das kannst du eben vergleichen auch mit der Kommunikation in einer Kanzlei. Das heißt, wenn ich als derjenige, der es zu entscheiden hat, bestimmte Entscheidungen treffe, die Leute aber nicht sukzessive mit einbinde, dann habe ich ein Problem, weil die haben diese eine Woche, wo ich drüber nachgedacht habe oder den Monat oder zwei Monate schlichtweg nicht mitbekommen. Das siehst du häufig auch im Thema Change-Prozesse, jetzt mal unabhängig von KI, wenn Veränderungen anstehen, dann kann das sein, dass derjenige, der sich damit beschäftigt, am Anfang einen riesen Widerstand hat und so Sachen denkt wie, dieser Mist, jetzt muss ich mich auch noch damit auseinandersetzen. Dann grummelt er so ein paar Wochen in sich rein, denkt er, kommst du ja nicht drum rum, findet einige positive Aspekte und irgendwann steht das Ding. Das heißt, dann hat er das Gefühl, nee, müssen wir auf jeden Fall machen, weil es Sinn macht. So, und jetzt kommt dieser große Abstand, der stellt sich jetzt vor seine Mannschaft und sagt, Leute, ich habe mir was überlegt, wir machen das und das anders. Er holt sie aber an dieser Stelle ab, wo er selber vor ein paar Wochen war. Und dieser Prozess, dass ich auch Widerstände zeigen darf, dass ich auch sagen darf, ich finde das alles total Mist, ich habe da keinen Bock drauf, den muss ich auch respektieren. Das heißt, die Leute brauchen ja jetzt auch ein Zeitfenster, um für sich selber das Ganze zu sortieren, um auf diesen Stand zu kommen, wo ich vor ein paar Wochen war. Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, wo ich die Leute langsam mitnehmen darf und wo nicht alle nur jubeln müssen, sondern wo ich auch zulassen darf, dass der ein oder andere mal meckert oder äußert, dass er da keinen Bock drauf hat. Ja, das waren jetzt gerade so ein paar Beispiele von einer, ich sage es mal, von einer aktiven Mitgestaltung. Was ist denn, wenn ich aber mehr passive Leute habe? Gibt es da einen Tipp oder Trick, wie ich Mitarbeiter zu aktiven Mitgestaltern machen kann? Es sind diese zwei Punkte, die wir ja vorhin auch schon hatten. Das heißt, es gibt unterschiedliche Motivlagen und du hast zwei Grundrichtungen, was Motivation angeht. Du hast einmal denjenigen, der für Gain läuft, das heißt für die großen Ziele. Das heißt, dem sagst du was und dann fängt der sofort an auszugestalten und sagt, ja, da will ich auf jeden Fall hin und da können wir das und das auch noch machen. Und du hast relativ viele Menschen, nicht nur auf Mitarbeiter bezogen, sondern insgesamt auf das Bevölkerungsspektrum, die auf Vermeidung von Pain arbeiten. Das heißt, ich komme dann ins Laufen, wenn ich merke, es wird mir Schmerzen bereiten, wenn ich es nicht tue. Und das sind diese Motivationsrichtungen. Das heißt, diesen Mitarbeiter auch eng an die Hand zu nehmen und nicht von ihm zu verlangen, dass er total begeistert sein muss, dass er absolut aktiver Mitgestalter sein muss, sondern dem eher aufzuzeigen, an welcher Stelle bringt es dir einen Vorteil, wenn wir zum Beispiel auf eine neue Technologie wie KI an einigen Stellen umsteigen. Das heißt, dem auch zu demonstrieren, wo bringt es Arbeitserleichterung. Denn ehrlich gesagt, wenn du mir sagst, ich biete dir was anderes, so keinen Mehrwert davon, aber mehr Arbeit, hätte ich da auch keine Lust drauf. Und von daher muss ich da einfach gucken, wo kann ich den Einzelnen abholen, muss dafür aber auch wieder ticken, wie tickt, rausfinden, wie tickt denn der Einzelne, damit ich dann auch gezielter ansatteln kann. Aber du hast nicht in einer Mannschaft immer diejenigen, die sehr proaktiv nach vorne ziehen. und du hast auch diejenigen, die ein bisschen passiver sind, die von außen gesagt bekommen möchten, was sie tun sollen. Und das darf ich respektieren, dass es unterschiedliche Menschen gibt und denen mache ich entsprechende Angebote. Das heißt, den weniger Aktiven, den würde ich eben zeigen, wo gibt es für dich Arbeitserleichterung und wo kannst du das Leben in Zukunft einfacher machen. Okay, ja, spannend. Sehr spannend. Hast du Beispiele mal oder hast du ein Beispiel von einem Unternehmen, wo das mal funktioniert hat, so eine Art Erfolgsgeschichte, wo man die Mitarbeiterängste in Motivation umwandeln konnte? Das findest du zum Beispiel, Marco, an allen Stellen, wo es eben um das Thema Change-Prozesse geht. Ich habe ein Unternehmen begleitet, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Da hatten Führungskräfte keinen Bock auf Change. So ein Change nehmen wir jetzt als Synonym zum Beispiel auch für Einführung einer neuen Technologie. Bei dem war das im größeren Rahmen. Das heißt, sie mussten ihre Unternehmensstrukturen massiv umwandeln und die Führungskräfte hatten keinen Bock. Jetzt kannst du dir denken, das ist doof, denn wenn die das jetzt an ihre Mitarbeiter transportieren sollen, ja, dann wird es an Begeisterung extrem mangeln. Und wir haben uns überlegt, was können wir mit denen machen und haben 350 Führungskräfte nach Mallorca geflogen, haben uns da ein schönes Kastell gemietet mit Blick auf Palma, traumhaft schön und haben Sachen gemacht, von denen man von außen jetzt sagen würde, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Das heißt, wir haben eine riesige Styroporwand aufgebaut als Mauer, dann kam Graffiti Sprayer, dann haben wir gefragt, was stinkt euch alles an diesem Prozess? Dann haben die so zwei oder drei Sachen genannt, die immer in anderen Formulierungen kamen. Die Graffiti Sprayer haben das an die Mauer gesprüht und dann haben wir mal gefragt, gab es in deinem Leben schon mal irgendeine Veränderung und haben die die Reihe durchgefragt, nicht alle 350, aber exemplarisch und es war keiner dabei, der gesagt hat, in den letzten 20 Jahren gab es in meinem Leben überhaupt keine Veränderung. Und dann haben wir reingefragt, wie war das denn? Und dann gab es Sachen, wo die gesagt haben, ja, das war total toll, da habe ich mich drauf gefreut, weil da sowieso eine Veränderung anstehen musste, weil es gar nicht mehr so schön war. Es gab aber auch Situationen, wo die am Anfang gesagt haben, da war eine Veränderung, wo ich gedacht habe, nee, muss das jetzt wirklich sein? So, und da siehst du, dass es eben verschiedene Phasen durchlaufen kann. Und je mehr denen klar wurde, Veränderung gehört zum Leben dazu. Das heißt, wir werden von Zeit zu Zeit neuen Situationen begegnen. Das eine ist mal schöner, das andere ist mal weniger schön. desto mehr haben die auch verstanden, auch in Unternehmensprozessen kommt es vor, dass es Veränderungen gibt. Und am Ende der Veranstaltung durften die dann mit so Tennisballkanonen noch die Mauer einschießen und so. Aber das waren drei Tage, die wir mit denen gemacht haben, wo du sagen kannst, da ist von außen gar kein Input dazugekommen, sondern das haben die alles schon in sich getragen, nur sie haben es anders beleuchtet. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, den wir auch beachten dürfen, dass es viel ein emotionaler Prozess ist und an dieser Stelle die Ratio an der einen oder anderen Stelle dann auch gar nicht so eine große Rolle spielt. Ja, gut, spannend. Und das eine ist ja der Faktor Mensch, über den ihr jetzt ja schon ausführlich gesprochen habt. Das andere ist ja die Integration der KI ins Unternehmen. Gibt es denn da, weiß ich nicht, welche Schritte sollte ein Unternehmen gehen, um sich erfolgreich an diese Veränderungen durch KI anzupassen? Gibt es da so einen, weiß ich nicht, Fünf-Punkte-Plan und ist das vielleicht auch ein Innovationstreiber, dass ich mich jetzt dann auf das Thema KI einstelle? Was soll ich als Unternehmen tun, um überhaupt erstmal loszulegen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir, Frank, so einen Fünf-Punkte-Plan gar nicht statisch aufstellen können. Dafür sind die Kanzleien viel zu unterschiedlich und ich kenne Kanzleien, die machen fast noch alles händisch und ich kenne Kanzleien, die sind voll digitalisiert. So, und das ist eben die Spannbreite. Das heißt, ich muss erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Wo bin ich im Moment mit meiner Kanzlei? Was ist daran auch ganz gut? Das heißt, was möchte ich auf jeden Fall beibehalten und nicht verändern? Das ist ja auch ein wesentlicher Prozess, dass ich mir so meine Leitplanken stecke oder meine Leitpfeiler stecke, wo ich sage, das zeichnet uns als Kanzlei in Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen auch aus und dafür stehen wir dann auch eben für unsere Kunden. Und dann muss ich gucken, wie kann ich innerhalb dieser Leitplanken dann Veränderungen durchführen? Und nochmal, es geht hier nicht um ein, ich switche von, von einer Seite komplett auf die andere Seite um, sondern es geht hier um feine Anpassungen. Das, was wir in den letzten Jahren im Bereich der Digitalisierung ja auch immer wieder hatten, dass manche Sachen nicht mehr möglich waren. Das heißt, ich muss an diesen Stellen eine Verhaltensänderung durchführen. Guck dir Gesetzesrahmen an, wenn sich da was verändert, dann muss ich das eben mitgehen. Und da besteht auch gar nicht die Frage, will ich das oder will ich das nicht? Das heißt, da werde ich mehr oder minder im Kleinen gezwungen. und es gibt aber auch Punkte, die kann ich freier gestalten. Das heißt, wo ich mir einfach überlegen kann, wo nehmen wir denn unsere Stoßrichtung? Das heißt, was ist auch unsere Kanzlei-Identität? Und ich glaube, diese Klarheit zu haben, wer sind wir denn überhaupt? Wofür stehen wir denn überhaupt? Das ist ein erster, wesentlicher Schritt. Und an dieser Bestandsaufnahme dürfen sich dann auch die einzelnen Punkte für die Kanzlei individuell entwickeln. Das heißt, einfach mal zu gucken, welchen Stufenplan nehmen wir persönlich denn? Dass die Identität nicht komplett gedreht wird, dass es aber in unserem Rahmen gut passt kann. Wir haben ja eben über die Veränderungsbereitschaft oder auch die Ängste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesprochen. Welche Ängste gibt es denn auf Unternehmensseite, was die Einführung von KI angeht? Sind es immer vermutlich, gerade in dieser datensensiblen Branche, sind es ja vermutlich immer ähnliche, oder? Ja, der Sicherheitsaspekt ist natürlich ein wesentlicher und ich glaube, dass der an vielen Stellen auch noch nicht ganz bis zum Ende geklärt ist, weil es eben noch ein relativ junges Thema ist. Zumindest das, was jetzt so öffentlich diskutiert wird. Und ich glaube, dass man da gucken muss, dass man in dem Rahmen, der schon klar ist, sich bewegt. Auf der anderen Seite ist aber auch ein großer Pain-Punkt, den viele Kanzleien haben, dass sie Mitarbeiter verlieren. Das heißt, dass du wirklich Leute hast, die sagen, ich mache den ganzen Scheiß nicht mit, auf Deutsch gesagt. Und dann sind sie plötzlich weg. Und da ist im Moment eine Tendenz da, dass man sagt, nee, wir gehen da so mitarbeiterzentriert vor, dass wir dann lieber eine Innovation links liegen lassen, um eben Mitarbeiter nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Denn ich glaube, dass dieses Äußern, dann bin ich weg, nicht das ist, was dann de facto auch passieren wird im Endeffekt, wenn ich das Ganze sanft abfange. Das heißt, wenn ich den Leuten sage, durch das, was wir hier an Innovation machen, sind wir gerade mitarbeiterzentriert unterwegs, weil wir versuchen, dir die Arbeit noch angenehmer und einfacher zu machen, könnte im Umkehrschluss sogar ein Faktor sein, der eine Kanzlei noch attraktiver macht. Denn du musst ja nicht nur vom Ist-Stand ausgehen, welche Mannschaft haben wir da und mit denen arbeite ich auch in den nächsten 40 Jahren, sondern du willst mitunter ja auch neue Mitarbeiter gewinnen. Und wenn du eine Kanzlei hast, die sich fast gar nicht den neuen Gegebenheiten anpasst, dann wirst du in Zukunft eben ein Problem bekommen, genug neue Mitarbeiter zu finden. Das heißt, es darf sich irgendwo in der Mitte die Waage halten. Dafür muss mir aber klar sein, wofür möchte ich denn nach außen stehen. Was auch nicht ist oder sein sollte, ist, dass ich immer wieder das Fehnlein im Winde durch die Gegend gehe. Das heißt, jeden neuen Hype mitnehme, jeden neuen Trend mitnehme, weil dann kriege ich eben keine Klarheit und keine Struktur rein. Und dann bin ich auch da kein verlässlicher Partner für meine Mitarbeiter, geschweige denn nach außen. Das heißt, für sich selber klar zu haben, wer bin ich denn, wer sind wir als Kanzlei, ist ein erster großer Schritt. Und das sind eben so die Ängste, denen wir begegnen. Und Hauptschwerpunkt ist im Moment auch der Faktor Mitarbeiter, weil es eben relativ dünner Markt ist, den wir da im Moment haben. Genau. Und als die Pain-Points zu umgehen, ist ja auch keine Lösung, denn letztlich kommen wir ja um KI nicht drum herum. Und wenn du dich dann als Geschäftsführer oder als Kanzleiinhaber drückst und sagst, da beschäftigen wir uns irgendwann mal mit, wenn es denn soweit ist, dann ist das vermutlich zu spät, oder? Naja, dann hast du halt eine große Panik dahinter. Das kennen wir aus dem Privatbereich ja auch. Wenn du eine Sache immer weiter aufschiebst, dann wird das Zeitfenster nach hinten recht dünn und dann wird Flickschusterei betrieben. Und es gibt ja so diesen Spruch, schlug die Kröte zuerst. Das heißt, diese Aufgaben, die uns unangenehm erscheinen, sind die Dinge, die wir sehr aktiv angehen sollten, damit es eben nicht hinterher dazu führt, dass alle kopflos durch die Gegend rennen. Das heißt, je früher ich mich mit so einer Thematik spielerisch auseinandersetze, je mehr ich das sukzessiv einflechte, desto einfacher wird dann auch der Wandlungsprozess an dieser Stelle. Das heißt, das wirklich mal offen zu thematisieren, auch da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, wir gehen das jetzt wirklich aktiv als Mannschaft mal an. Wir hören uns die Bedenken an. Wir gucken mal, wo Chancen liegen an dieser Stelle. Wir schauen uns mal an, wie sind die Prozesse im Moment. Da kann die ein oder andere Überraschung auch noch auftreten, dass man sagt, das wussten wir gar nicht, dass wir das so handhaben an dieser Stelle. Das kann ja auch eine Grundordnung in so eine Kanzlei reinbringen, dass ich sage, ich nehme KI mal als Anlass, überhaupt eine Bestandsaufnahme zu machen. Schuck die Kröte zuerst. Aber um diese Ängste zu nehmen, da kann man ja sagen, wir können ja auch Kontrollmechanismen einführen. Wir können einen Rahmenwerk geben, damit ethisch und verantwortungsvoll mit der Nutzung im Unternehmen mit KI umgegangen wird. Und dann nimmt es vielleicht so ein bisschen die Pain-Points schon für die Kanzleienhaber, weil sie einfach sagen, okay, hier haben wir Leitplanken und wenn wir uns alle daran halten, kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Welche Kontrollmechanismen wären es denn, die du empfehlen würdest, die man oft als Unternehmen oder als Kanzlei in jedem Fall beachten sollte? Ja, Kontrollmechanismus, der am wichtigsten ist, ist Kommunikation. Das heißt, dass ich wirklich immer wieder in den Austausch gehe und das Thema auch gelebte Fehlerkultur. Das ist ja auch so ein bisschen verpönt in der einen oder anderen Kanzlei, weil eben es ja oftmals auch um das Thema Genauigkeit geht, weil es um das Thema Rechtsverantwortlichkeiten etc. geht, dass ich eben auch dazu animiere, dass auch Fehler gemacht werden dürfen, wenn das aber gemacht wird, dass man es auf jeden Fall als Lernprozess nimmt. So, ich kenne Kanzleien, ich kenne Unternehmen, wo sowas auch am schwarzen Brett ausgehangen wird. Da kann man jetzt im ersten Augenblick denken, oh Gott, oh Gott, jetzt wird das Ganze angeprangert. Das ist aber gar nicht der Hintergrund des Ganzen, sondern wenn ich das Ganze so transparent mache, dass ich sage, jedem darf jeder Fehler passieren, nur ich sollte es dann auch öffentlich kommunizieren, damit andere Kollegen eben denselben Fehler nicht nochmal machen, führt zu einer erstaunlich innovativen Unternehmensgestaltung. Das heißt, dass man wirklich das auch dreht und dass man nicht sagt, du musst Angst vor dem Fehler haben, sondern du kannst Fehler machen, um dich dadurch auszuprobieren, damit wir eben auch die Leitplanken, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ein bisschen mehr ausloten können und vor allen Dingen, dass die ganze Mannschaft daraus lernen kann. Und da ist es aber eben wichtig, dass ich immer wieder in den Austausch gehe und nicht nur auf den letzten Drücker, wenn ich sage, jetzt brennt es uns, jetzt geht es gar nicht mehr anders, sondern dass auch dieser Austausch, dieses offene Miteinander und auch dieser offene Wissenstransfer, der dadurch entsteht, ein gelebter Prozess wird. Was mitunter in Welten, wo wir ja zum Teil auch gar nicht mehr präsent zusammen sind, eine zusätzliche Anstrengung erfordert. Das bedeutet, ich darf als derjenige, der für die Führung der Kanzlei verantwortlich ist, auch dafür sorgen, dass Kommunikationsprozesse gewährleistet sind. Und wenn du jemanden hast, der zum Beispiel drei Tage zu Hause ist oder Teilzeit beschäftigt in einer Kanzlei unterwegs ist, dann muss ich gucken, wie kriege ich denn auch den sinnvoll mit eingebunden. Aber da muss im Rahmen der Kanzlei jede für sich auch eine eigene Lösung entwickeln. Das bedeutet auch da mal zu gucken, was passt denn zu uns und nicht zu sagen, so ist der Standard, so haben wir das irgendwo mal gelesen oder gehört und so machen wir das jetzt auch, sondern eben synergetisch mit den eigenen Mitarbeitern zu gucken, wie ist es denn für jeden Einzelnen angenehm und wie kriegen wir das hin, dass Informationen auch unabhängig, wer ist wann da, so fließen können, dass alle daran partizipieren. Okay, müssen die Prozesse dann entsprechend gebaut werden. Die Prozesse sind es, ja. Jetzt haben wir in dieser Branche, Markus, in der Steuerberatungsbranche eine extreme Personalknappheit. Immer schon, aber jetzt im Moment ist es auch wirklich sehr krass. Wie verändert denn KI die Anforderungen an die Fachkompetenz der Mitarbeiter und wird es da vielleicht sogar ein bisschen leichter, Mitarbeiter zu finden, weil man die Gaps, die es vielleicht gibt, durch KI auffüllen kann? Ich kann es dir nicht abschließend beantworten. Wenn ich das könnte, dann wäre ich wahrscheinlich vielen anderen voraus an dieser Stelle und ich glaube, wir können es noch gar nicht richtig absehen, weil ja in diesem Themenfeld auch eine Menge Entwicklung drin ist. Das heißt, wenn du dir KI mal anguckst und machst dir das bildlich auf, dann könntest du sagen, dass wir so vor zwei Jahren ungefähr KI in der Größe eines Punktes bei Word hatten. Das ist so die Größenordnung und wenn wir heute drauf gucken, dann haben wir einen Quadrat von zweimal zwei Meter, was die Datenmengen angeht. Das heißt, das Ding wächst exponentiell schnell und von daher lässt sich noch gar nicht absehen, an welchen Stellen kannst du uns überhören unterstützen. Ich glaube, dass sich dadurch neue Chancen ergeben und du hast ja in jedem Arbeitsumfeld, was ein Steuerberater heute leisten muss, auch Aufgaben, die eher so zu den Pflicht- und Routineaufgaben gehören und du hast qualitativ sehr hochwertige Aufgaben, wo wir dann zum Beispiel in das Thema Beratung, Steuerung und so weiter reinkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit dem Stand, den wir jetzt haben, dieser Prozess der Steuerung und Beratung sich weiterentwickeln wird. Das heißt, dass diese Routineaufgaben mehr und mehr von der KI übernommen werden können und dass ich eben mehr dahin gehen kann, dass ich das volle Potenzial des Beraters nutze, nämlich das, was der auch an Vernetzungsaufgaben im Hintergrund machen kann, dass der Dinge erkennt, die eine KI möglicherweise noch nicht erkennen kann, weil KI ja immer nur in Bahnen und sehr statisch denkt. Aber wenn ich viel Erfahrung in einem Bereich habe, dann kann ich auch so ein bisschen out of the box denken. Das heißt, ich kann aus anderen Fällen schon bestimmte Rückschlüsse ziehen und kann sagen, auch wenn die Faktenlage, die ich nach außen erkennen kann, das Szenario noch gar nicht erkennen lässt, so kann ich aufgrund meiner Erfahrungen aber schon bestimmte Rückschlüsse ziehen. Und das ist eben der Punkt, dass ich denke, dass es mehr in eine qualitative Arbeit reingehen wird, was möglicherweise auch die Motivation erhöht. Wenn du dir das in Supermärkten mal anguckst, ganz anderer Bereich, da merke ich, dass zunehmend zum Beispiel Kassierer von Kassen abgezogen werden und dass es so Self-Scan-Kassen gibt, wo du durchläufst. Furchtbar. Und jetzt können, ja, ich fände das ganz gut, jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, die armen Leute verlieren alle ihren Job. Was man aber sinnvollerweise macht in vielen Märkten, ist, dass man die Leute, die sonst an der Kasse gesessen haben und piep-piep gemacht haben, abstellt und sagt, geh doch mal in die Kundenberatung rein. Das heißt, wenn da jemand ist, der eine Beratung braucht, du kennst dich ja aus in unserem Markt, dann hilf dem doch einfach mal weiter. Und ich glaube, dass das eine viel höherwertige Arbeit ist, die diese Menschen da durchführen und was auch diesen Dienstleistungsgesangten viel mehr nach vorne hebt, weil du es ja vorher manchmal in den Läden gehabt hast, du bist da durchgerannt, hast keinen Ansprechpartner gehabt und ich glaube, synonym können wir das eben auf andere Branchen auch übertragen und möglicherweise ergeben sich da auch neue Chancen in der Steuerberatungsbranche, dass du sagst, derjenige, der dir sonst einfach nur das Zahlenwerk geliefert hat, kann die jetzt qualitativ beratend mehr zur Seite stehen, weil eben an anderen Stellen Zeitfenster freigeschaufelt worden sind. Und ich glaube, das wird das Berufsbild in einer gewissen Art und Weise auch wandeln, wird aber die Mitarbeiter auch an Stellen abholen, wo sie sagen, ich fühle mich viel zufriedener mittlerweile, weil ich die PS, die ich habe, endlich mal auf die Straße bringe. Kann man zusammenfassend sagen, es ist so die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, die optimal gestaltet werden muss? Das heißt, man muss einfach die Prozesse schaffen, um die beiden Dinge gut miteinander zu vernetzen? Du bringst es auf den Punkt, Frank, und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo wir in zehn Jahren über das Thema KI gar nicht mehr reden werden, sondern das wird in uns übergegangen sein oder in den Arbeitsablauf, wie Taschenrechner Abacus abgelöst hat oder wie Papier durch Computer abgelöst wurde oder ergänzt wurde. Das heißt, ich mache mir auch handschriftlich noch Notizen, nutze ja nicht nur den Computer. Das heißt, es muss einfach ineinander greifen und wir werden in zehn Jahren drauf gucken und sagen, es war der erste Schreckmoment und es hat sinnvoll an der einen oder anderen Stelle ergänzt. Vielleicht gibt es dann schon wieder andere Themen, die dann auftauchen werden und vielleicht treffen wir uns wieder und reden dann über eine ähnliche technische Entwicklung, wo man sagt, wir wissen im Moment gar nichts damit anzufangen und dann beruhigt sich das aber auch wieder. Das heißt, ich würde dem Ganzen erst mal Zeit geben, ich würde das Ganze locker angeben, nicht zu viel Druck reinsetzen, nicht diesen Entweder-Oder-Gedanken haben, sondern einfach mal gucken, an welcher Stelle können wir es sinnvoll einsetzen und vor allen Dingen Kommunikation immer entfordert. Und ich glaube, das Signal können wir ja bei uns hier aus unserem Verlag, NBB Verlag, auch noch draußen geben. Wir machen das ja genauso. Wir gehen da sehr entspannt, aber auch es wird eben nicht untersagt, es zu nutzen. Es wird forciert, also dass wir es nutzen sollen, aber auch nicht mit Druck und wir probieren einfach aus und es macht Spaß, weil jeder von uns findet, glaube ich, gerade so die Bereiche, ja, wo die lästigen Dinge ein bisschen erleichtert werden können, damit man sich auf das konzentrieren kann, was einem wirklich Spaß macht und auf die Dinge, in denen man auch wirklich gut ist. Und diese ganzen anderen kleinen lästigen Dinge, da kann man sich einfach ein bisschen Support holen und das ist ja eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also wir sind da, glaube ich, Marco, ganz positiv, oder? Ja, total positiv. Das muss man sagen. Bei uns läuft es wirklich gut. Okay, das ist ja quasi auch ein guter Abschluss gewesen. Jetzt muss ich kurz auf den Zettel gucken. Frank, haben wir noch was für die Shownotes? Infos, Links? Ja, wir würden auf jeden Fall die Website von Markus verlinken und die findet ihr in den Shownotes. Schaut mal rein. Dort gibt es noch so ein paar spannende Dinge zu entdecken und ich glaube, Markus muss noch das Alter seiner Kinder anpassen, habe ich eben festgestellt. Aber ansonsten ist die echt cool, die Seite. Danke. Okay. Genau. Okay. Ja, dann wären wir durch am Ende der Sendung angekommen. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ich wünsche euch weiter und viel Spaß. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Hat wirklich Spaß gemacht. Euch da draußen, auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Kommentare aller Art oder schreibt uns auch gerne an steuerbar at nwb.de und ebenso freuen wir uns natürlich über Links bei YouTube, Likes bei YouTube, wollte ich sagen, oder ein paar Sterne im Podcast Player oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und schreibt uns auch. Genau. Auch wenn wir Fehler machen. Ja, absolut. Gerade bei der letzten Folge hat sich ein Fehler eingeschlichen und dann haben wir gedacht, naja, komm, das sind so die letzten drei Minuten. Das hat vermutlich keiner gehört, aber wir haben jetzt einen Ansturm von Hörerpost bekommen und haben den Fehler aber auch ausgemacht. Also schreibt uns, es kommt tatsächlich an und wir freuen uns darüber. Genau. Deswegen nochmal vielen Dank, macht's gut, bleibt weiterhin gesund und tschau zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.